Am Dienstagabend kam es in Walsdorf im Kreis Bamberg zu einem SEK-Einsatz. Zuvor eskalierte ein Streit zwischen einer Frau und ihrer Vermieterin. Die 37-jährige Frau drohte gegenüber den alarmierten Polizeikräften gewalttätig zu werden. Sie befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Aufgrund der unklaren Lage wurde eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzugezogen. Die Vermieterin hatte zuvor die Polizei alarmiert. Die Polizisten nahmen die 37-Jährige fest und brachten sie in ein psychiatrisches Krankenhaus. Wie die Agentur News 5 berichtet, ist die Frau dreifache Mutter. Die Polizei Oberfranken teilte mit, dass das Jugendamt die Kinder in Obhut genommen hat. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut den Beamten zu keinem Zeitpunkt. Die Polizei wurde nur eingeschränkt. Vielen Dank.